Es gibt eine Menge von Architekturprinzipien in der IT-Fachliteratur, aber nur wenige sind so prägend wie die Solid Principles von Uncle Bob oder Robert C. Martin. Und die kommen jetzt. Im letzten Video habe ich über das Dreieck aus Architekturprinzipien, Architekturstil und Pattern gesprochen. Und ich möchte jetzt etwas tiefer einsteigen und zunächst mal die Solid Principles als Vertreter der Architekturprinzipien etwas näher vorstellen. Wo kommen die Solid Principles her? Man assoziiert die in der Regel mit dem ziemlich berühmt gewordenen Buch Clean Code von Bob Martin. In der Tat sind sie aber aus einem anderen Buch und zwar dem Buch Clean Architecture, was so eine Art Schwesterbuch ist. Robert Martin hat da eine ganze Serie zu diesem Thema gemacht, die alle so mit Clean irgendwas anfangen. In diesem Video gebe ich Ihnen eine Übersicht über die fünf Prinzipien, die Solid ausmachen und gehe dann in nachfolgenden Videos jeweils nochmal auf jedes Prinzip einzeln in einem Video ein. Wofür steht Solid? Solid sind einfach die Anfangsbuchstaben der fünf Prinzipien, nämlich Single Responsibility Principle, Open Closed Principle, Lisk of Substitution Principle, Interface Segregation Principle und Dependency Inversion Principle. Und wir werden diese einzelnen Prinzipien jetzt einmal kurz durchgehen. Das Single Responsibility Principle, auch genannt Separation of Concerns. Worum geht es hier? Single Responsibility heißt, dass egal was Sie gerade machen, sei es, dass Sie eine Klasse schreiben oder dass Sie ein Package zusammenstellen oder eine Datenbanktabelle designen, egal was Sie tun, es sollte immer genau einen Zweck haben. Das heißt, etwas, was mehreren Zwecken gleichzeitig dient, widerspricht dem Single Responsibility Principle. Sie würden das dann eher so umsetzen, dass Sie daraus zwei Teile machen, die jeweils dann wieder einen dedizierten Zweck haben. Ganz kurz zur Motivation. Warum macht man das? Der Grund ist, wenn eine Sache mehrere Zwecke, mehrere Ziele hat, dann gibt es auch mehrere oder sogar eine Vielzahl von Gründen, dass man dieses Ding ändert. Das heißt, es ist eine Stelle in meiner Software, die ich wahrscheinlich sehr oft anfassen muss, die ich sehr oft warten muss. Und damit schaffe ich ein potenzielles Wartungsproblem. Ich mache die Architektur klarer, verständlicher und besser wartbar, wenn ich dafür sorge, dass jedes Teil einen klar definierten Zweck hat. O steht für Open Closed Principle, auch bekannt unter dem Namen Loose Coupling, Strong Cohesion oder Lose Kopplung, Starke Kohäsion auf Deutsch. Das heißt, wenn ich zwei Einheiten habe, zwei Entities, zwei Packages, zwei Module und ich möchte aus dem einen Modul heraus ein anderes aufrufen, dann weiß das linke Modul, welche Binnenstruktur das rechte Modul hat. Damit bin ich dann auf der rechten Seite nicht mehr frei, diese innere Struktur zu ändern, weiterzuentwickeln. Denn ich habe ja möglicherweise externe Elemente, die von dieser inneren Struktur abhängen. Das sollte man also vermeiden. Besser ist es, man versieht das Modul, um das es geht, mit einem Interface, mit einer klaren Schnittstelle. Und dann wird von außen nur noch diese Schnittstelle aufgerufen. Und damit wird dann letztlich die Innenstruktur dieses aufgerufenen Moduls zu einer Blackbox. Das heißt also, die Außenwelt weiß gar nicht mehr, was da innen passiert. Die Außenwelt kennt nur die Schnittstelle. Und ich kann die innere Struktur, also das Innenleben, die Implementation einfach ändern. Solange ich den Kontakt aufrechterhalte, den meine Schnittstelle anbietet. Was hat das mit Open-Closed zu tun? Die Idee dahinter ist, dass ein Modul, eine Klasse, ein Package, was auch immer, offen für Änderungen sein soll. Aber Closed gegenüber Einblicken der Außenwelt. In der Vorstellung würde ich jetzt gerne mit dem I weitermachen. Weil das Interface-Segregation-Prinzipal sich logisch direkt an das Open-Closed-Prinzipal anschließt, aus meiner Sicht. Wenn Bob Martin das so rumgegliedert hätte, dann hätte das Wort SOLD geheißen, was auf Englisch so viel heißt wie verdreckt. Also wenn man sich noch ein E zwischen dem L und dem D dazudenkt. Nicht ganz so schön als Abkürzung. Deswegen ist er wohl bei Solid geblieben. Machen wir nichtsdestotrotz mit dem I weiter. Interface-Segregation-Prinzipal. Was heißt das? Segregation heißt so viel wie Trennung voneinander. Also die Idee ist, wenn ich das so mache, wie eben in dem Open-Closed-Prinzipal angedeutet. Und ich mache den Zugriff auf ein Modul, auf ein Package, auf eine Klasse nur über so einen Interface. Dann habe ich so eine Aufrufstruktur, wie sie hier skizziert ist. Also ich habe eine Menge von Aufrufen aus der Außenwelt auf dieses Interface. Und ich habe hier dargestellt, es gibt ein einziges dickes Interface. Das heißt also, dieses Package oder dieses Modul stellt ein großes Interface mit all seinen Funktionen nach außen zur Verfügung. Möglicherweise brauchen die aufrufenden Teile aber gar nicht jeweils das gesamte Interface. Sondern es könnte viel geschickter sein, wenn man dieses große Interface in mehrere kleine zerteilt. Dass das dann also zum Beispiel so aussieht. Und dann kann ich diese kleineren Interface viel gezielter aufrufen. Welchen Vorteil hat das, wenn ich das so mache? Ich habe in den aufrufenden Modulen oder Klassen weniger unnütze Abhängigkeiten. Wenn ich da ein dickes Interface habe, was ich aufrufe, dann muss ich am Ende eine Menge von Funktionalität und von Konzepten importieren, die ich vielleicht gar nicht alle brauche. Deswegen ist es geschickter, ich zerteile das in kleinere Einheiten. Gerade mit Interfaces geht das ja sehr gut. Und dann weiß ich auch besser, welche verschiedenen Aspekte denn mein Modul anbietet. Wer aufgepasst hat, der könnte jetzt fragen, ist das nicht ein Verstoß gegen das Single Responsibility oder Separation of Concerns, dass ein Modul nur einen Zweck haben sollte. Ich werde das in dem entsprechenden Video zum Interface Segregation Principle ein bisschen genauer beleuchten. Aber die Quintessenz ist, dass diese verschiedenen Interfaces durchaus verschiedene Aspekte der gleichen Sache sein können. Wir werden da Beispiele zu sehen. Kommen wir zu dem L oder auch Liskov Substitution Principle. Das ist ein bisschen verwandt dem Prinzip der Conceptual Integrity. Was bedeutet Liskov Substitution Principle? Nehmen wir mal an, wir haben eine Funktionalität, die gerufen wird. Wir haben eine Methode DoThis, die wird aufgerufen. Und ich kann ja in Hochsprachen mit Vererbung arbeiten. Das heißt, ich kann unter Umständen eine Klasse ableiten von der oberen, die auch DoThis implementiert. Und das Liskovsche Substitutionsprinzip oder Liskov Substitution Principle besagt, dass diese abgeleitete Implementierung nicht den Kontrakt einfach so ändern darf, den die Methode, die in der oberen Klasse angegeben ist, darstellt. Wir werden auch dazu in dem Video, was noch kommt, ein Beispiel sehen. Was hat das mit Conceptual Integrity zu tun? Konzeptuelle Integrität heißt im Prinzip, ich gebe in der oberen Klasse eine bestimmte Sicht nach außen, einen bestimmten Kontrakt. Und diesen Kontrakt, den muss ich einhalten, egal welche Implementierung, welche Ausprägung dieses Konzepts ich irgendwo vorfinde. Also welche Subklasse ich gerade habe. Kommen wir zu dem komplexesten Prinzip, dem Dependency Inversion Principle. Man kann auch sagen, dass das eng mit dem Dependency Injection Pattern verbunden ist. Nehmen wir wieder die Situation, die wir eben schon hatten. Wir rufen von außen eine Methode auf, nämlich DoThis. Dann würde ich im Wesentlichen folgendes tun. Ich würde erst Create aufrufen, also so einen Konstruktor rufen und würde dann DoThis auf der so erzeugten Klasse rufen. Das hat zum Nachteil, dass ich dann die konkrete Implementierung, also etwas, was sich wahrscheinlich häufig ändern wird, direkt in meinen Code eingebunden habe. Und wer aufgepasst hat, der wird wieder den Gedanken finden, den wir auch schon im Open-Close-Principle gesehen haben. Eigentlich wäre es schöner, wenn ich eine Abstraction rufen könnte. Also im Allgemeinen ein Interface. Von dieser Abstraction leitet sich dann die Concretion ab, die Konkretisierung. Die Abstraktion ist im Prinzip nur die Spezifikation meiner Schnittstelle ohne eine Implementierung. Die Konkretisierung, die Concretion ist das, was wirklich die Implementierung darstellt. Und wenn ich dann noch dafür sorge, dass die Erzeugung dieser konkreten Klasse und das Setzen der Klasse in dem Aufrufer delegiert werden kann an ein Framework, was eben genau diese Instanzierung macht und eine Injection in den Aufrufer, dann habe ich das erreicht, was der Name dieses Prinzips nahelegt. Ich habe nämlich die Abhängigkeiten umgekehrt. Das heißt also, nicht mehr der Aufrufer kennt die konkrete Klasse, sondern die konkrete Klasse kennt den Aufrufer. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was wir in Softwaretechnik bis jetzt gemacht haben, womit wir uns auseinandergesetzt haben, wenn man über Spring nachdenkt, dann erkennt man, dass Spring genau das tut. Spring ist also im ganz Wesentlichen ein Dependency Inversion oder auch Dependency Injection Framework. Spring sorgt dafür, dass wir immer nur mit Abstractions umgehen, jedenfalls an den wichtigen Stellen. Denken Sie an die Repositories, denken Sie auch an die Entities, also an den, sagen wir mal, ORM-Teil der Entities, also wo wirklich irgendwas in die Datenbank gespeichert wird. Und denken Sie an viele Hilfsklassen aus Spring. Und Spring sorgt dafür, dass die Concretion, also die konkrete Implementierung, hinter den Kulissen gemacht wird. Das heißt also, ich brauche das dann im Idealfall gar nicht zu kennen, sondern ich habe das Framework, was mir für die Konkretisierung verantwortlich ist. Und ich kann ausschließlich diese Abstraktion benutzen aus meinem Code heraus. Auch das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Ich würde auch hier wieder Sie gerne verweisen auf das Video, was das an einem konkreten Beispiel mal deutlich erklärt. Damit haben wir uns alle fünf Prinzipien einmal im Überflug angeschaut. Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Lisk of Substitution Principle, Interface Segregation Principle und Dependency Inversion Principle. Damit haben wir die fünf Prinzipien im Überflug. Und wenn Sie die dann in den nachfolgenden Videos mal an konkreten Beispielen gesehen haben, dann werden Sie auch sehen, dass die eigentlich überhaupt nicht theoretisch sind, sondern dass man die prima in der Praxis einsetzen kann. Und dann sieh dealing mit dem Menschen wie ihr euch nicht